Ja, servus an alle YouTuber, bitte. Es gibt in GTA nämlich einen Spieler, der was sich nämlich euch vornimmt und euch schlecht verhaltet, geschweige denn euch bloß stellt und alles drum und dran und euch meldet in GTA, falls ein GTA-Spieler das sehen sollte. Der Spieler heißt nämlich Z, kleingeschrieben, D, das T ist großgeschrieben, Legend, L ist großgeschrieben, Binderstrich. Der hat nämlich geschrieben, dass er euch vernichten will und das Ganze und eine Hassrede gegen euch aufgerichtet hat auch und eben halt über euch schlecht redet, das wollte ich nur mal sagen, falls ihr so ein Video mal sehen solltet oder sonst irgendwas, wollte ich euch nur mal Bescheid sagen.